Guten Morgen nach draußen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Volksempfängern. Wie jeden Morgen senden wir von Russland heute direkt aus dem Führerhauptquartier im Kreml. Zu unserer morgendlichen Show Bojomoi Vladimir begrüßen wir Sie sehr herzlich. Und heute geht unsere Fragestunde zum Thema Säuberung. Präsident Putin, Sie haben bisher immer abgelehnt, der Ukraine bei der Säuberung von Neonazis und Drogenabhängigen zu helfen. Warum haben Sie sich gerade zu diesem Zeitpunkt entschieden, Ihrem Brudervolk in der Ukraine zur Hilfe zu kommen? Die Ukraine hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der Reichsregulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Giffen kämpft, wird mit Giffen gar nicht kämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Fremd tun. Ich werde diesen Kampf ganz leicht gegen Wien so lange führen, gibt es die Sicherheit des Reiches und sich seine Rechte gewährleisten können. Wir machen diese Position, also Körnchen, die Schwerung sind. Wer mit Giffen kämpft, wird es nicht weitergezogen. Wer mit Giffen kämpft oder Laufswege, wird es nicht weitergezogen. Es ist natürlich auch in der Ukraine für die Sekhörung. Wcker wird also mit einem Laufswege, gering, Schläfern, die Schwerung mit Giffen geschlossen. Jetzt ist 그것, dass man sich nicht weitergommen hat.